Und wir sind heute hier, weil wir seit 2017 Beekeeper nutzen und ich mich gerne austauschen würde mit anderen Unternehmen. Also, warum bin ich hier? Weil Beekeeper eine tolle Firma ist. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir heute da sind. Und natürlich meine, die Community hier ist grandios. Darüber hinaus sind wir an einen Punkt gekommen, wo wir einen Wendepunkt für die Frontline sehen. Das kommt und das ist unvermeidbar. Und mein persönliches Versprechen ist, wenn diese Person auch ein bisschen mehr über den Frontline Disconnect lernen will, dann werde ich persönlich mein Telefon nehmen, euch die Arbeit abnehmen und sie zum Frontline Disconnect einführen und sicherstellen, dass sie nächstes Jahr hier sind. Herzlich willkommen zum Hero World Alliance 2023. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. Wir feiern dieses Jahr bereits die zweite Ausgabe nach dem Erfolg vom letzten Jahr. Und wir kühren heute Abend die Heroes für den deutschsprachigen Raum. Ich bin auch sehr stolz, dass ich auch mit meinen Händen viel erreichen kann. Dass ich auch die Ideen, die ich habe, umsetzen kann. Jetzt alle zusammen einen riesen, großen Applaus für die Gewinner des Hero World 2023. Vielen Dank. Es verändert sich sehr viel, auch sehr schnell. Und da ist es immer sehr wichtig, dass man da auch die Mitarbeitenden mitnimmt und da auch gut kommuniziert und das Wissen auch weiter gibt. Wir haben ganz viele Verlinkungen auch in der Bekeeper-App, sodass wirklich Bekeeper beruflich ist und man alles unter einer App verbindet. Und unsere Mitarbeiterinnen, die seit 30 Jahren im Unternehmen ist, benutzen die Bekeeper-App. Herr Elgen, wir haben schon gearbeitet. Jetzt sind Sie dran. Ich will, dass du dich für eins der Worte entscheidest, aber nicht zu lang und nicht zu kurz. Ich will dich wirklich nicht beeinflussen. Ich wünsche dir maximal viel Dopamin. Die Einladung zu dieser Veranstaltung habe ich sehr gerne angenommen, weil es auch immer dem eigenen Wissensstand dient zur Erweiterung, das Netzwerken natürlich. Und weil halt Bekeeper an sich auch einfach ein unglaublich sympathisches Unternehmen ist. Was mich da als Kunde noch viel mehr freut, ist, dass sie unsere Meinungen in dem Moment dann halt auch immer in den nächsten Rollouts, Updates etc. mit inkludieren. Und das ist natürlich was, wo man auch zum gemeinsamen Erfolg irgendwie beitragen kann. Das ist das Tolle bei Bekeeper. Man wird nicht vergessen, obwohl es läuft und läuft und läuft. Und irgendwann kriegt man wieder einen Anruf oder eine E-Mail. Hey, alles in Ordnung. Wir hätten da noch was für euch. Ganz wichtig. Es waren noch nie Firmen, die Innovation herausgebracht haben. Es waren immer die Menschen. Und wir sind da, um euren Rücken zu halten und im Firmen an sich das gemeinsam zu machen. Sie sindpa Martina Fürst differentiation. Ganz wichtig. Das ist sehr schön. Vielen Dank finde ich. Vielen Dank! Du9- 활st��. geil appropriately. Als ein fiel. 숨. Dismy. Und zwar. Wobei Ap люб viens. Dismy. Verm eles часов. Bill hallers. nichts davon. Dein Tag. Integrations. fibers.